Wer sperrt die Menschen ein? Wer sperrt sie ein? Nur die alten Männer, die Angst haben. Angst vor dem Leben, Angst vor dem Tod, Angst vor ihrer Angst, Angst vor unserem Mut. Wann stehen wir endlich auf? Wann stehen wir auf? Eines Tages wird es zu spät sein. Zu spät, um zu leben, zu spät, um zu verstehen, zu spät, um zu erinnern, was uns gemacht hat zu dem. Wo werden wir dann sein? Wo werden wir sein, wenn der Wind sich für uns gedreht hat? Frei von den Mauern, frei von unserer Schuld, frei von eurer Angst, frei von eurer Angst. Oder haben wir sie mitgenommen, diese Angst? Ja! Wo ist es wenn's. Ja! overlap wie tun. Verw �,